Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das wartierte Media-Abo von Freitag der 13. Teil 9 Jason Goes to Hell – The Final Friday vorstellen. Dieses wurde am 10.12.2018 von Warner veröffentlicht. Als Cover haben wir hier das originale Kinoplakat-Motiv, welches 1993 international verwendet wurde. Hier dann einmal der Buchrücken. Und die Rückseite. Dort haben wir einmal die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier ein Audiokommentar, neun alternative Szenen aus der TV-Version, die Unrated-Version des Films sowie einen Bonus-Film. Wie auch die Mediabücher von AT4 Entertainment befindet sich das von Warner in einem Halbschuber. Und aus genau diesem Halbschuber holen wir einmal das Mediabuch heraus und haben einmal hier das Cover in seiner vollen Schönheit. Dann einmal die Rückseite, wo wir ein wirklich sehr gelungenes Szenenfoto vorfinden. Dann schauen wir einmal ins Innere. Da haben wir einmal die DVD-Version des Films und einmal die Blu-ray-Version des Films und sehen dahinter, ja, nichts Besonderes. Ja, und dann wollen wir jetzt auch einmal durch das großartige Booklet aus acht Seiten bestehend blättern, wo wir einige Zitate vom Regisseur vorfinden und einige Szenenfotos. Und wie das Booklet ist die gesamte Veröffentlichung ein schlechter Witz beziehungsweise eine Verhohne-Pieplung seiner Käufer. Versteht mich nicht falsch, der Film kann nichts dafür. Aber Warner als Publisher. Ja, wir bekommen hier von Warner die Unrated-Version von The Final Friday. Aber nur als DVD. Auf der Blu-ray befindet sich nur die R-Rated-Version. Und dieser Film darf sich dann auch noch die Scheibe mit einem Bonusfilm teilen, nämlich Jason X. Wer also so wie ich seinerzeit Teil 9 und Teil 10 gleichzeitig gekauft hat, dürfte sich so ziemlich verarrr vorgekommen sein. Und dementsprechend kommen wir lieber zur Inhaltsangabe des Filmes, Weil Jason vorhieß, der eins am Camp Crystal Lake ertrank, da die anderen Kinder ihn wegen seines Aussehens im Wasser stießen, wiederholt wiederkam und mordete, schickt das FBI eine Spezialeinheit, die Jason in tausend Teile springt. Die Gefahr scheint gebannt. Doch der Kopfgeldjäger, Crayton Duke ahnt, dass etwas nicht stimmt. Seine Vermutung bestätigt sich, als es bei der Obduktion zu Jasons Überreste zu einem Zwischenfall kommt und das Personal, das die Obduktion durchführte, tot aufgefunden wird. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse, lasst gerne ein Abo oder Like da, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!